Nein, nicht Video. Servus Freunde des gepflegten Bikesports, ich habe wieder ein wunderschönes Video für euch, wieder vom Bikepark Osterneue, ich hoffe ihr könnt es noch einmal ertragen, das Video ist echt gut geworden, ich danke für alle die in dem Video dabei sind, danke für die zwei schönen Tage, das Video besteht aus Material von zwei Tagen, ich hoffe euch gefällt das Video und wir springen jetzt gleich auf den Trail. Let's go! Fahr mal mal wall ride! Geh ich da? Musik 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 Echt? Echt jetzt? Ich bin wieder gesprokelt. Ich habe mich so gepfragt einfach. Ich war nur ein bisschen so und ich muss eigentlich davor bremsen. Was springst du Kicker oder was? Ja den kleinen... Was springst du Kicker oder was? Ja den kleinen... Was springst du Kicker oder was? Was springst du Kicker oder was? Ja den kleinen... Bist du fertig? So, es kommen jetzt wieder Tim und Lilli, Lilli ist 14, die kleine geht ab wie Schnitzel, Leute, zieht euch das rein. Ja! So, Leon und seine Buddies. Oh nein, nicht Video. Fällst du geradeaus? Hip! Hip! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.